ein wunderschön guten morgen ich finde mich gerade hier noch im toten hamburg die stadt schläft es ist jetzt lass mich lügen kurz vor vier oder genau vier ja es geht zur gamescom endlich mein drittes jahr tatsächlich man sieht mich kaum liegt daran dass alles dunkel ist ja tatsächlich ist heute zeitstress angesagt weil ich war mit dem allerersten bus hier bei mir hallo und ich nehme das so herum und ja ich habe nur fünf minuten am hauptbahnhof zeit umzusteigen in meinen zug nach köln dann heißt es für mich erst mal kurz einchecken das erste mal er bnb ich bin gespannt wie es ist und dann jetzt zur messe und tatsächlich habe ich einiges zu tun auf der messe sehr viele spiele anspielen und ja das war es zum anfang denn ja ich muss jetzt zum bus also bis gleich so ich bin jetzt hier gerade in der business area in der halle hier und ich habe mich jetzt einfach mal ein bisschen hingepflanzt weil es ist doch ganz schön anstrengend durch die hallen zu laufen ich bin jetzt ein bisschen überall gewesen außer in der halle eins da ist business und leider habe ich da keinen termin aber egal ich habe schon ein bisschen fast überall herum geguckt gerade bei ea gefällt mir dies ja wirklich sehr sehr gut gerade auch die deko gefällt mir wunderbar ja jetzt heißt es eigentlich für mich erst mal ein bisschen ausruhen bin jetzt schon auch schon fast neun stunden bin ich jetzt schon auch auf dem bein ich mich jetzt ein bisschen ausrufen zu essen und dann habe ich auch schon in zwei stunden einen termin in der business area davon werde ich auch natürlich berichten aber jetzt seht ihr erstmal ein paar bilder von der messe viel spaß das macht noch mehr bock wenn ihr endo wünscht alle endo ein bisschen Und gleich los de Lupe! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020